hallo und herzlich willkommen schön dass ihr wieder mit dabei seid hier im ls projekt 0 euro extreme ja wir fahren los wir müssen zum nächsten feld also verträge nein 0 wir gucken in meinem staschen rein und wollten ja irgendwo auf die oben glaube das war hier 102 auf jeden fall ernten nicht natürlich nicht mehr drin 128 100 und 30 hier aus dass wir keine arbeitsstunden kriegen 28 sein also genau 28 vielleicht war sogar die die wir fahren los ich werde mal ein bisschen was ändern so dass ich denke dass wir ein bisschen mehr spaß daran haben werden vom ergebnis dann her ich werde kurz benutzen für die feldarbeit wird ihr nicht viel von mitbekommen aber ich sag es trotzdem offen kurz ist kein mod ist es ein strip von daher alles okay ist es trotzdem ich werde drin sitzen weil es macht kein helfer ist was schon helfer aber sozusagen automatische arbeitshilfe würde ich sagen ich bleibe nicht dritten sitzen ich lasse sie noch nicht alleine fahren ja ich denke dass es von den bildern her schöner werden könnte also könnt ihr gerne mal schlussfeedback geben wie das video hier geworden ist genau muss ja hier eigentlich irgendwo sein das war sogar nicht weg wenn ich jetzt wir sind hier unter drei was durch müssen wir hoch auch wenn sehen und dann da hoch er hat zum glück keinen langen flug da geht das die arbeitszeit ist halt das was uns im nacken ist die arbeitsstunde für den trecker ne ich habe jetzt gedacht einmal das nächste kleine feld damit wir schon mal 6000 mehr bekommen und jetzt hier lang schön gefühlt das feld nach wo ich fand so 128 die pinte auch schon ohne scharfe kurve wieder kommen wir da rum natürlich nicht abflug habe noch dahinter gut jetzt gleich kommt eine kreuzung mal dass wir links bleiben oder geradeaus besser gesagt so vom linken her ne muss sogar unter stadt wir müssen uns gar nicht unterstellen wir müssen arbeiten wir müssen mal hoch und die tiere und wo wir das gebüsch so ist dass man rund kurs schon mal gut dass wir nicht genommen haben aber hätten wir müssen wir noch hier vorne und dagegen auch ein weg ab musste gleich was mal ist kommen so ein weg es geht schon also es gefällt mir nicht dass es so stressig ist weil wir gerätschaften wir ihn haben man kann auch nicht sich die zeit oben unterdrehen denn es zählt die live zeit der bremst nicht der bremst nicht ja das ist der weg hier hammer wir haben 2,3 stunden und da unten kommt das feld glaube ich ne das müssen wir kontrollieren das ist das feld wir stellen in transportstellung hier ok wir müssen drehen wir stellen uns und fangen wir an hier und fangen wir an hier und wir stellen uns die wir dienen das ist diese die 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 bei einem Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020